Und es geht weiter mit Let's Play Zenogears. Ich bin es zu einem Zenogears. Beim letzten Mal sind wir hier immer noch im Gefängnis gewesen. Wir haben jetzt hier das Angebot bekommen, dass wenn wir uns hier einen Gear nehmen und hier ein Bettler werden, dass wir möglicherweise aus dem Gefängnis rauskommen. Citan hat uns auch wieder angeschlossen und das haben wir gemacht. Beim letzten Mal scheinbar hat Leonardo und die anderen geschummelt und unseren Gear, der zufälligerweise Weltall ist, ganz zufälligerweise hier, sabotiert. Haha, Jack, he's probably in a bed somewhere now. Wasn't that a bit too much? If Champ finds out, we're done for. Huh, I don't get it. Let's just get this over with. Tonight's creepy. The rats are restless. But this isn't like you. Alright, then you take that one. Show him la. Oh man, this is bad. The hairs on the back of my neck are standing up. Something's weird out here. Ich werde von einer riesen Kanalratte gefressen, oder? Äh. Hä? Hä? Must das be my imagination? Oh nein, bitte kein Kanalisationslevel. Bitte nicht noch ein Kanalisationslevel. What? Nooooooo! Hä. So, come out. What the? Crap, this monster! Stay away! Hm. Okay, ich möchte nicht mehr in die Kanalisation. So, erster Folge der Tag. Erste, erster Mal explodiert. Sehr schön. Where am I? Oh, dein Firmary. Well, hello, Fae. Are you wide awake yet? Doc, what happened to me? How did I get here? During the battle, Mayangage, there was a sudden explosion, remember? That's right. In that explosion, I lost consciousness. It was a large explosion. But you were fortunate the gear was Veltal. And the other gear, and I would hate to think... Anyway, you're safe. That is what matters. Thanks to Veltal, huh? Doc, how many days have passed since then? Only a day has elapsed since the accident. Your dreams were relatively minor, so... Only a day. What is the matter, Fae? I had an awful dream. I can't remember it, but... I just know it was awful. A dream. It was nothing, I guess. Don't worry about it, Doc. Doc, I've got to get back to the battling. I want to get this explosive color off me so soon as I can. Fae, how's your half holding up? I do not want you to push yourself. There's no use saying that. Time is not going to wait. I can't just do nothing. I suppose you're right. I understand you. What do you mean, Fae? We have to get right... Tinker out of here as soon as possible can. But that does not mean you have to be over-exert yourself again right straight away. Take time and rest up a little more. You're the Doc. Doc, I'll try. And get a little rest. For the time being, I'm a doctor. And you're a prisoner. We should split up and act separately. How are you feeling, bro? All is running backwards and forwards. It's killing me. Oh, it's a bit sudden, but... How about buying something? Not now, Hammer. Okay. Ja, ja. Der macht mich fertig. Okay, liebe Leute. Also, erster Kampf war nicht so erfolgreich. Ganz sicher ist nun schon mal, dass wir in die Kassel so müssen, dass da irgendein... Wahrscheinlich müssen wir darüber entkommen und da ist irgendein furchtbar ekliges Monster, was uns brab macht. Ich kenne Gaming Design seit 95, Mann. Also, ganz ernsthaft, Mann. Aber die 95 sind noch kein Spiel gespielt, aber da war der Maxi erst geboren. Und da, glaube ich, ist schon ein Sieg und jetzt rauskommt. Ich weiß gar nicht. 97, 96, sowas um den Dendree. So. Aber trotzdem kenne ich das, Mann. Ja, was soll man weitermachen? Einfach weiterkämpfen, oder? Ich glaube es nicht, dass wir das großartiges anderes vorhaben. So schön ist es hier nämlich nett. Und bevor mich hier unser... Unser Freund... Ich nenne ihn einfach mal so die ganze Zeit bequatscht, dass wir irgendwas kaufen müssen. Gehe ich lieber einfach weiter. Interessant wäre es gewesen, hätten wir vielleicht irgendwie diese Kette anders los bekommen können und hätten es hier einfach weitermachen können. Naja. Hilft nix. Weiter geht's. So, jetzt schau ich mir doch mal deine Geertelle an. I'm a mechanic. So, jetzt schau... Oha. Das sind lange Dialoge und immer dieselben. Bro. Nein. Okay. Okay. Ah, ich hab schon wieder Dialog weg. Ich rastleih aus mit dem Typ, Mann. Also. Erster Dialog. So, das ist mein Bro. Ihr attackt kein Mann. Much appreciated. So. Gear Part. So, das ist besser. Okay. Mach mal. Sehr schön. Frame. Mach mal auch den Besten. Dass unser Geld gleich wieder weg machen. Aber das, unser Gear abzubringen, ist das Wichtigste im Spiel. Es war sehr kostspielig, aber... Mann. Was soll ich machen? Wie gesagt, das ist das Wichtigste. Wappens hast du keine Parts. Extra R. Kaufen wir zwei. Okay. Gut. Passt. Danke, dass du mich schön abgezogen. So, wie ihr es immer macht. Thanks, Bro. Ja, 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 ja. Ah. Enough already. Du hast doch ja mein halbes Vermögen mir genommen, man. Okay. So. Also. Gear. Äh. Equipment. Aber das Kampfsystem gefällt mir ganz auch gar nicht. Brinzler ist auf Armour. Das mach ich jetzt mal weg. Oder Armour-Defense. Hier kommt Armour-Defense. Dann haben wir für extra plus drei. Increases Bonds hört sich auch nicht gut an, ne? Beam Damage down 50%. Brinz Camera Damage. Increase Agility in the Desert. Was hab ich ja sonst noch so? Oh, dann lassen wir das jetzt mal so. Lassen wir das jetzt einfach mal so in das Thema einfach teilkommen. Machen wir den nächsten Kampf und das wird schon. Ich hab ihn ja immer fast bezwungen. Äh. From shooting at all the entry is not permitted. Hä? Und wie, mal jetzt weiter? Hä? Oh, Leute, man. Die Dialoge kotzen so an, man. Ja! I'm alright. Jetzt kommt's wieder. Äh, äh, äh. Nein, nein, nein. Wenn du stirbst, dann ist dein Problem, man. Äh, okay, ja, gut. Perig gehabt. So. Kann ich ja sein, meiner Mann. Ihr kommentiert noch von yesterday in der Nase ab. Es ist ein Dropout. Eigentlich Clive ist also, ich hatte ein Mechanical Problem. Also cool, da. Das heißt, ihr, Faye, winnt by default. Äh, ich kann ich spielen in den zweiten Bonds. Wenn du winst zwei Matches heute, der zweiten day of the game, Zero Progress und der dritte sette Bonds. Ja. Okay, I have to confirm to entry, Pilot Faye, 101, please. Mach halt einfach, man. Ich mag das Minigame hier nicht. Der Gear Valtal has been centered better. Ähm, was ich noch vorher... Das hab ich mir letztes Mal schon angemeldet. Alles ist schon wieder ein... Äh... Ist schon wieder, ähm... Eingefiedelt von... Jemand anderem was gab. Wie damals auch jeder Angriff, äh, auf die Frontlinie. So. Hä? Okay, das ist ein guter Gegner. So. Komm, drauf an! Alter! Der hat mir so viel Schaden gemacht. Ich kapier das Kampfsystem nicht. Oh, replay! Boah! Morgte mich jetzt mal schön platt. Und dann verzieht er sich. Ja, okay, sehr gut. You're ready, Rektoris. Okay. So, sehr gut. Die wehren sich zum Glück nicht. Also, es ist schon extra von leicht gemacht. Wahrscheinlich kann man hier später richtige Kämpfe machen, aber ich möchte kein Prügel geben. Ich hab schon so Prügel im Kopf sind. Also, egal. Und Garth hat jetzt hier wunderschön eingefädelt. Wahrscheinlich... Wuuuuh! Dass hier unser Mech uns wieder gegeben wird. Und wahrscheinlich irgendwo schlimm was passiert hat. Okay. Krieg ich hier eine Belohnung? Level easy. Ja, ich brauche ja level easy. So. Reception. Hm, not bad battle. Keep your good work up. Here's the prize money paid for the winners of battling pot. It's well earned. Oh, 300 gold. Sehr schön. Und Supervisor B will pay you a special bonus. Keep your good work. Oh, 100 gold. Sehr schön. Muss ich jetzt noch einen Kampf machen, oder war's das zum Verhörter? Ah, ich hab schon wieder fast einen Angelegen. Nein! Schön, dass die Stocken immer noch mal in den Tore loben. Okay, gut. Das war auch Zweikämpfe. So muss es auch immer best of three sein. Man kann es nicht einfach sein, ich hab gewonnen, Mann. Ich war keine Minigames, Mann. Ich hasse Minigames, Mann. Und ich mein, die haben sich ja echt Mühe gegeben, das muss ich ja echt sagen, aber ich find, die Steuerung ist richtig krank. Weil die Schläge, manchmal, äh, tun sie einfach nicht so richtig Trigger, Mann. Manchmal. Also der erste Gegenwart ist so schön, Mann, aber der zweite Gegenwart ist sehr schlimm, Mann. Gleich vier X-Mission, vier X-Mission, vier X-Mission. Titan. Die Schläge, ich mein, die Schläge connecten nicht so richtig. Das ist das, was du ankommst, Mann. So, jetzt. Lockout, sehr schön. Wenn sie am Boden liegen, tritt nochmal nach. Das war schön. Und dann hier, komm, zack, zack, zack. Nach oben gehauen und dann hier mit den Lasern hier kaputt gemacht. Okay, sehr gut. Wir haben Rektoros, zweite Runde. Gleich vier können wir am Anfang smashen. So, zerstört, Mann. So, dann wollte er fliehen. Das Dashen ist aber voll cool, Mann, wie der, wie der wirklich weg soll. So, da. 40 Sekunden mit Titan. Bitte bleiben wir auf easy. Bitte niemals auf normal wechseln. Niemals auf normal wechseln. Bitte, bitte nicht. Also, no bad to battle. Keep up the good work. So, kriegen wir wieder 300er. Sehr schön, zack. Oh, 500 sogar. So, und dann gibt es nochmal, wir hören nochmal wahrscheinlich 100er. Oh, 200 diesmal sogar. Okay, das heißt, wir sind für heute fertig, oder? Habe ich das richtig gesehen? Let's battle in the matches and have all finished. Please come again. Ja, also, liebe Leute. Blut und Spiele. Kapur. Soll ich beginnen? Ich muss immer Spartacus bei sowas zitieren, Mann. Die Serie. Kennt hoffentlich der eine mit meinem Freund Krixus, meinem besten Bro. Ähm. Der, wo es halt darum geht, dass in der Arena kämpft. Man kennt ja Spartacus hier, den seltener, der Rom hier fast angegriffen hat und hier eine Skravenrevolution aufgeführt hat. Oh, ich habe mein Essen gar nicht gestern gegessen. Äh, jo. So. Der Daily. Äh, nee. Nimm mir das, das ist wieder alle weg. Und, ähm. Ging halt darum, dass ich in der Arena gekämpft habe und da haben sie ja natürlich das Publikum, das muss ich aber heiß machen, da hat er immer gesagt, Kapur. Das war die Stadt, wo sie gekämpft haben. Soll ich beginnen? Und das ist mir im Kopf geblieben. Das muss ich immer sowieso sagen. Blut und Creme. Blut. Nee, Blut für Creme heißt das. Das ist jetzt Simpsons. So, heute haben wir keine große Erinnerung. Okay, gut. Done halt. Also, liebe Leute, der Zopf hat mal wieder losgeschlagen. Also, ich bin ready. Äh, haben wir gut gemacht hier. Hat der schon wieder da worden. Irgendweifel. Now got bed and rest. Jetzt weißt du jeder, dass wir best Bros sind, Mann. Wirst du etwa nicht zugestehen, dass wir best Bros sind? Hey, Bro. So. Also, ruhen wir uns aus. Und am nächsten Tag jetzt weiter mit dem Kämpfen. Also, auf dem Level bin ich noch dabei. Level mehr, dann immer. Die beste Strategie, um ehrlich zu sein, zu kämpfen, ist einfach schießen und weglaufen. Äh, not yet. Nee, ich wollte mich noch ausruhen, weil ich denke, der nächste Tag bricht jetzt an. Oh, das ist er jetzt morgen. Ja, warte, ich muss ja nur schauen. Kann ich jetzt hier was essen? Yo. Here we decided. The Daily Special. Keine Ahnung, was das ist. One more, please. Was er hat da? Der Bar ist grande. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob das irgendwelche Unterschiede macht, welches Level eigentlich mein Gear hat. Ich habe ja ehrlich gesagt, nein, das gehört. Okay, gut. Jeder muss das jetzt mit Feuer gestirbt. Oh, let's see. Scrum, Scrum Dillumdious. Heißt das gut oder heißt das schlecht? Keine Ahnung. Okay, nächster Kampf. I'm ready. Ich bin Fade, der Zerstörer. Also, leider, leider sind wir wirklich Fade, der Zerstörer. Ne, ich bin mir sicher, es wird dann wieder natürlich zum Finale drauflaufen. Dort werden wir dann gegen Rico kämpfen und Rico wird dann wahrscheinlich uns irgendwie dazu bringen, dass wir wieder hier in unseren Supermodus gehen. Wahrscheinlich werden wir alles zerstören. Ich finde es so krass, wie gesagt, das haben wir auch beim letzten Mal, war es ja, diesen Rad da gesehen. Diese vier seltsamen Köpfe, die gesagt haben, okay, wir müssen alles machen, um ihn zu zerstören. Er ist der große Zerstörer, man. Das ist alles, was wir hier machen, so mit diesem ganzen Königreich, das ist alles nur so Nebensache. Das ist alles nicht Haupthandlung, man. Das merkt man halt und das finde ich irgendwie so krass, man. Die sterben, bluten und machen alles, man. Das ist alles nicht mal richtig Hauptgeschichte. Third of the games, when two birds, qualify for tomorrow, ziemlich fast. Okay, das heißt, morgen Halbfinale dann. Okay, und dann am letzten Tag das Finale. Okay, also, den Kampf, Viertelfinale jetzt und dann geht das schon. Also, auf Weltall ist wieder da. Dieser Gear ist ja auch irgendwie auf uns zugeschnitten, das steht auch außer Frage. Wie gesagt, Garf hat das alles eingefehlt, damals in Leihann, an der Grenze und nun eben schon wieder. Und jedes Mal ist es in der Masse, nicht mehr damit. Oh nein, Schäbe. Haha, perfekt Knockout. Ähm, das Ding ist, was mich so stört, ist, dass man die Kombos immer erst eingeben muss in seinen Mech und er sie dann erst ausführt. Und ich schaff das immer auch nicht mal Kombos zu machen. Ich mach immer Vierk. Vierk ist Vierk. Das will ich immer machen, genau. Ich kann das nicht mehr mit verziehen. Haha, schön ins Wasser. Haha, Liebe Leute, das ist China, wir bezwungeln hier. Ich bin sehr südreich und jetzt habe ich einen Kurzschluss, weil ich im Wasser bin und ich versinke so ganz langsam. 32 Sekunden, weil der schnellste Kampf bis dato. War das immer noch easy? Wahrscheinlich. Okay, gut, ja, ja, komm, nerv mich gar nicht. Mir ist wurscht, ob ich schaff's mal nicht. Oh, 750, okay, das ist doch geil. Und jetzt nochmal 200, oder? Ah, liebe Leute, fast 1000 hier einfach mal verdient. Nett. So, okay, lass bei uns und dann kommen wir morgen für das Semifinale. Halbfinale! Jetzt brauchen wir noch Champions League Musik. Singen wir unser Nationalhymne noch davor. Oh, Leighen, can you see by the dawns? Irgendwie so. Nein, komm, machen wir weiter. Also, ich finde es echt, schön, dass sie sich im Heergegeben haben für diesen Mini-Spiel und ich habe deutlich schlechtere gesehen, aber ich hasse Prügeldinger. Ich hasse Prügel-Spiegel. So, Muscha. Das ist 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Wir werden sterben. Oh, schönes Kommen. So. So. Okay, das war fies, man. Das war auch eine knappe Angelegenheit, man. Ähm. 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 Man muss am Anfang einen Schuss machen, weil der Schuss ist der Schnellste, was es gibt. Seine Standard-Attacken sind übrigens auch Schüsse, was ich ganz unfair finde, um ehrlich zu sein. Aber ich habe das Gefühl, auch mein Mekka macht mir Schaden. Jetzt ist es mir wurscht. Komm, baller ihn einfach ab, man. So. Ha. Haben wir es gegenseitig ausgenommen. Okay, das war bis dahin der schwerste Kampf. Aber ging. Blab. Und dann aufgestanden einfach. Zack. Stand ich einfach da. Ob seine Leichen geschindet, man immer noch easy, man. Oh mein Gott. Das ist immer noch easy, man. War bis dahin unser schlechtester Kampf. Aber wein. Geht schon. Also, komm. Gib mir eine schlechte Belohnung. Ja, ja. Passt schon. Ja. Aber noch tausend, okay. Und Supervisor. Ja, ja. Jetzt nochmal 200, oder? 300. Ja, sauber. Also, wuhu. Jetzt wollte ich eigentlich so einen Glücksjump machen. Ich wüsste einfach so, so ganz schlecht. Yeah. Passt perfekt zu unserem, unserem Muntermacher, den wir hier als Kaufcharakter haben. Ich muss ja sagen, er ist ein depressiver Spielcharakter. Also, ich meine, das passt natürlich auch so schön zum Ton des Spieles. Aber, muss man schon so sagen. Also, es ist jetzt auch, er ist halt nicht so dieser klassische JRPG-Produkte, der sagt, okay, neues Abenteuer, ich freue mich. Nein, was er uns die ganze Zeit sagt, er hasst kämpfen, er will nicht kämpfen, er verachtet es. Und er wünscht sich einfach nur, dass ich hier rauskomme. Okay, ja, resten wir. Und, es ist, zwar in teilweise Momenten ist es schon ein bisschen störend, aber, äh, trotzdem interessant. Okay. Jetzt wollen wir wahrscheinlich wieder einen Albtraum, oder? Ne? Okay. Gut. Alles schön. Huh? Someone's coming downstairs. I guess it'll be Hammer. Wer sonst? Oh, Rico. Long time no see, hey, kid. Hey, you're Rico. What are you doing here? Come down, kid. I didn't come here to fight with you. Then, what purpose do you have here? What other reason could you have? What is going out there? This is a place of rest. Can you be a bit quieter? Why is this only you, Faye, and the battling champion? What would you like so few to have coming down to a prison barracks? There must be some special reason for you to grace us with your presence. Yes, there is. I came in regard to the incident of the explosion during the first rounds of the battling contest. Explosion incident? Oh, you mean, what happened the other day? The explosion accident that Faye was enveloped during that bout? What has that got to do with you? I'm sorry. That accident was set up by my subsordinates. After the result of your baptism ceremony, it seems my amen didn't come to like you very much. So that made it look like an accident. But it really was meant to kill Faye. But why did you tell us now? Did they have come clean and confess the crimes they committed? They're no longer with us. You're the doctor, didn't you? Know what's going to have been what's don't you know what's been happening? What's going on here in the Emperor Capitus D-Block? You mean the series of mysterious murders that happened in the series? Yes. A line of skilled battlers have been murdered one after another. All of the victims that have been killed were my subsordinates. Kid. I mean Faye. There were very people who had set their trap to kill you. So what are you trying to say? That their deaths are connected to me somehow? Let us see. The murderous battles set to a trap to try and kill Faye. When Faye comes to know of this he has a good reason to kill them. Out of hatred of this would-be killers he plots revenge on the battlers and turns to murder. People think I'm the killer. Exactly. This morning there was yet another victim the fifth. It's not unusual for people to die in the series if you become weak. You died as providence. But five battlers were killed in a row. That is unpredictable and alone cast a doubt on you. To say that I don't doubt you would be a lying but I don't think you are guilty either. The only thing that can prove your innocence is if there is any truth in the stories around. the story of a monster in the series that is strong enough to kill five battlers. For the sake of my man too I'm about to check out the series. I've said what I wanted to say. What's up? Let me let me go with you. I want to prove to you that I am innocent myself. You want to tag along huh? I don't care. But you've got to look after your own neck. It is up to Faye himself to prove that he has been falsely suspected. There is no alternative then. Please allow me to accompany you in solving their sewer murder case. The doctor too huh? I don't take any responsibility if anything happens to you. Sehe ich das gerade richtig dass uns Rico verdammt nochmal Rodriguez jetzt hier nur in unserer Party begleitet. Ja sauber man. Level 24 Okay. Ah Metal West hat das schon mal ausgerüstet von sich aus. Das ist schon mal cool. Ah Speed Ring. Ah Speed Ring ist nicht so das wahr oder? Ich will Power haben man. oder Defense. Let her hat man seh den Lederhuter Mann. Lederhuter ist immer gut. Hast du auch ein Gear? Mal so auf ganz so warte 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 warte. Weil mein Gear werde ich jetzt sicher nicht nutzen können aber habe ich überhaupt die Option? Okay sehe ich auch gar nicht. Aber er hat ein Gear. Ihr seht ihr hat hier seine Sachen ausgerüstet. Ja coole Sache. Okay liebe Leute ich würde sagen bevor wir jetzt weitergehen machen wir jetzt erstmal einen kleinen Absteck wieder in die Küche. Und wir essen natürlich hier das tägliche Menü. Daily Special genau. So dieses Omega Essen was hört sich eigentlich viel besser an muss ich euch sagen. Was ich glaube man bei C dann gehört. Aber Leute wir sind halt einfach zu gut machen. Also Leute wir gelten als Mörder als wahnsinniger Mörder. Das ist ja nicht unbedingt neu. Und dann würde ich sagen werden wir beim nächsten Mal versuchen hier unsere Unschuld zu beweisen. Doch davor machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und ich bin gespannt wie es dann ist mit dem Werten Rico zu kämpfen. Dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.